Gut, das Ganze ist jetzt hier mit Boistering, deswegen müssen wir jetzt ein bisschen gucken, dass auf keinen Fall der Große mit reinkommt. Wenn der mit reinkommt, dann ist es ein bisschen ätzend, ehrlich gesagt. Das Ding ist, manchmal wollen die nicht ganz mitkommen, deswegen muss ich jetzt hier ein bisschen gucken. Ah, warte mal, ich wollte ja öfter mal auch wieder potten, ne? Der Einschlag. Also den will ich jetzt zu dem anderen mitziehen, aber quasi, dass wir die zusammen killen, das ist jetzt der Plan. Ich hoffe, das klappt, aber die haben ja nicht sonderlich viel Life. Ich habe jetzt meine Inka noch gespart. Oh, bitte interrupt it. Oh boy. Oh boy. Jetzt habe ich halt dafür keinen Interrupt mehr ready. Was das mit den Dingern klappt, ist jetzt irgendwie nicht so prickelnd. Mal schnell kicken, dass die Heilung nicht durchgeht. Das Zeug macht halt einfach niemand, ne? Hi, Solo schreibt er. Was macht der Solo? Also die Orbs meinen da bestimmt schon mal nicht, weil das klappt nicht so ganz. Schreib es in den Chat rein, was denn? Ja, ja, den Golem, dass ich den hochziehe, das war ja eh klar, ne? Also alleine mache ich den nicht, das dauert ewig. Schauen wir mal, wer hier was kickt. Okay, den Shamir hat den ersten Macht. Diesmal habe ich jetzt extra gewartet. Falten. Der ist trotzdem geboastet, der war doch da hinten ohne, ähm, der war doch da hinten im CC. Ich dachte jetzt eigentlich, das geht von der Boaster-Range aus, ne? Interesting. Hätte es vielleicht noch einen Ticken weiter runterziehen sollen, wenn wir ehrlich sind. Na gut, schade. Aber gut, das ist jetzt nicht so schlimm. Boaster-Range geht ja mittlerweile runter, ne? Jetzt habe ich hier blöderweise kein... Ach, Ding haben wir noch nicht ready. Schauen wir mal, was der Heiler raushalt. Defensive. 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 Ach, komm. Das kann ich mir nicht erzählen. Hat der Shami sich jetzt von dem, von dem Hit da wegratzen lassen? Könnte ich hier eigentlich drauf konvorken, aber ich habe blöderweise... Wird ein bisschen... Ja, er kommt gerade runter. Ne, das mache ich nicht. Da habe ich jedes Mal Schiss, ne? Wenn ich ihn rüberziehe. Defensive. Warte noch. Ne, ich pull ihn, ich pull ihn nicht da rüber. Wisst du, was das Problem ist? Defensive. Dann facke dich kein... Holy shit. Fast gekillt, ne? Bin hier aus dem seiner Dings rausgelaufen. Defensive. Macht schon extrem viel Damage. Problem ist, wenn ich ihn da hoch... Wenn ich da an... Also ich will ihn nicht mehr da beim Ausgang hinziehen, weil mir ist der da schon mal resettet. Da, wo jetzt der Speer ist, habe ich den Boss hier am Rand gehabt, ist er resettet. Bei, glaube ich, 5%. Das ist halt auch Key Rip, auch beim Boss... Boss-Buff-Gedönse. Das war sau ärgerlich. Deswegen... Ja, nicht. Deswegen ziehe ich den da nicht mehr hin. Defensive. Defensive. Ne gut, jetzt kann ich ihn eigentlich da killen. Was ist er da noch? Defensive. Ach, komm. Das kann ich mir noch nicht erzählen. Ich dachte mir, ziehe ich jetzt noch was? Der Boss ist so gut wie tot. Also das war jetzt unnötig. Das war sau unnötig. Ich dachte mir, 1%, jetzt ziehe ich kein CD mehr. Nehmen wir so bitter, wenn ich Inka laufen habe und eigentlich mein Damage drücken müsste und dann... diese Orbs spielen muss. Sehen Stacks von der Scheiße. Ich glaube, die machen die Orbs jetzt noch. Jetzt ziehen wir die runter. Okay. Na komm, alle da hin, weil sonst kommen die nicht. Ah, der eine steht schon wieder weg. Den Tank ist das erste Mal option. Das Problem ist, ich brauche halt meine... Ich muss meine Fähigkeiten halt ziehen, dass ich die Wut aufbaue und dass ich mein Schild kriege. Wenn ich die ganze Damondfeuer drauf mache, sind wir halt kacke, aber ehrlich gesagt, hier gehen die Orbs mir halt sonst durch und dann rippt die Gruppe halt weg. Dann muss ich halt Orbs spielen, keine Ahnung. Also klar, jeder sollte eigentlich mit Orbs spielen, auch der Heiler, die DDs, ne? Wenn alle ein bisschen mit draufdingsen, dann ist easy. Aber wenn du so gefühlt alleine Orbs machst, dann ist es immer ätzend. Vor allem während der Inka will ich eigentlich nicht die Orbs spielen. Da muss ich eigentlich durchnudeln. Ja, ne. Kannst vergessen, das geht halt durch, ne? Wenn ich nicht beide Orbs mache, vergiss es. Easy nicht. Du hast einen Hunter halt dabei. Mit dem Hunter kannst du halt einen Makro machen, einen Autoshot. Du musst nicht mal deine aktiven Fähigkeiten da draufziehen. Du kannst einfach mit Autoshot auf dem Ding durchnudeln und easy ist, weißt du? Also auch das Pet oder so kannst du draufschicken. Wenn du einfach, wenn die Woche ist, ein Makro machst, dass du dein Pet immer nur auf die Orbs schickst, dann geht das Pet hin. Die haben ja nicht viel Leben. Das macht das Pet easy. Oh, ich darf in dem Clefner drinstehen. Den Dings do ich jetzt mal... Na gut, der hat den eben mit seinem Pet interrupted. Was ist denn eigentlich mit dem Speerwerfer? Sollte meine Inka jetzt für das große Pack aufheben. Ja, das bringt jetzt nichts im Key da irgendwie eine Diskussion anzufangen. Wird hoffentlich schon klappen. Ich schaue halt, dass ich sie mit dem Mondfeuer mitnehme und gut, das... Kommt zur Vernunft, nochmal bloß gucken. Na gut, mein Buffo ist halt jetzt runter, ne? Ne, macht heute keiner. Jetzt mal in mein Proc auch noch durchgegangen. Ah, er hat das Erd-Ele rausgezogen. Okay, ich wollte gerade sagen, wo ich die Akku nicht mehr... wäre ein bisschen besser, wenn das Erd-Ele nicht dann kommt, wenn ich meine Inka am Laufen habe, weil jetzt läuft das Erd-Ele aus und meine Inka, ne? Aber gut. Wahrscheinlich sieht das nicht, dass ich Inka anhab, ne? War das jetzt absichtlich rausgeholt von dem einen oder war das jetzt ein Fail-Pull? Ich bin gerade so echt ein bisschen am überlegen. Ja, ich schaue halt, dass ich da ein Dings drauf haue, ne? Mondfeuer, da tue ich halt meine kompletten Globals draufwasten. Das hilft halt leider nichts. Noch mal hochstacken möchte ich eigentlich ehrlich gesagt nicht. Mondfeuern. Äh, geh weg von mir. Wird ganz gern abstacken. Na gut, sind abgestackt. Na, ich klicke da wieder so blöd da drauf. Ich werde mitgenommen. Ohne Inka stirbt das dumme Ele aber an Akku, oder? Ähm, Ne, also das Erd-Element macht halt einfach einen Dauer-Taunt die ganze Zeit. Und, ähm, dementsprechend Also ich hab quasi Inka ab und hab einen Haufen, hab einen riesen Absorb-Schild, ne? Aber das Ele tauntet halt die ganze Zeit rein und kriegt eigentlich von allen Aggro und mein Absorb-Schild, das große, was ich hochgestackt hab, wird halt einfach nicht aufgebraucht und läuft halt ins Leere, ne? Das hat halt einen Cap. Und dementsprechend ist es halt ein bisschen kontraproduktiv, wenn ich quasi ein Dev-CD ziehe und das Ele mir aber alles wegspottet, ne? Und genau dann stirbt, wenn mein CD ausläuft. Dann war der komplett für den Sack. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen ist das halt immer so eine Sache. Aber jetzt haben sie gerade Ops gespielt, ne? als ich nicht da war. Pat gerade, die ist gerade hinten. Die mal einzeln raus. Schau mal, die ist jetzt hochgegangen, ne? Ich dachte mir, ich mach das nächste mit Auto-Hit. Ich hab die eine mit Auto-Hit gekillt und wollte die andere auch noch mit Auto-Hit killen. Aber es hat halt sonst keiner mit draufgehauen. Also ich kann's fast nicht mit Auto-Hit machen. Ich muss es aktiv machen, weil bis der nächste Auto-Hit kommt, dauert's teilweise zu lang. Das ist halt... Also... Spätestens, wenn ich seh, die ist kurz vorm Expo, dann muss ich halt alles abbrechen, was ich mach und zwirbeln, ne? Sollen wir sie zusammen machen? Ne, komm, wir machen's vorsichtig. Also eigentlich easy, könnten wir's zusammenspielen, aber dann reicht's wahrscheinlich wieder mit dem Interrupt-Snet. Komm, mal vorsichtig hier. Ich muss mir nämlich alles aufsparen. Mach dann gleich den nächsten für die nächste Gruppe. Ich weiß nicht, ob wir einen Kyrian haben, das hab ich jetzt ehrlich gesagt nicht gefragt. Ich muss da raus. Oder wir lassen den stehen, der bringt ja nur 2% und machen dann zwei von den Sperrseiten. Ehrlich, ehrlich gesagt wahrscheinlich sogar sinniger, weil der dauert ewig und diese kleinen Sperrmobs, das ist, glaub ich, easier gemacht. Ich klicke hier wie so ein Gestör da drauf, ne? Ja, jetzt hab ich wieder Inka und er hat gleichzeitig so ein Erdele am Laufen. Aber so ein Erdele ist jetzt schon down, ne? Ich schau jetzt halt einfach, dass ich Inka spam und die Dinger melee. Gucken wir mal das rundherum. Gut, das muss ich jetzt einmal im Mund feuern. Wenn ich halt Inka anhab, muss ich eigentlich Inka durchspammen, dass ich halt den Absorb bekomme. Heilung. Hab ich denn eben nur 10 Tracker Schaden gemacht? Imoli, was ist denn jetzt hier los? Ich kriege auf den Sack jetzt nur noch mal kiten. You took spear? No, schreibt er. Perfekt, wir haben den Kyrianer, den Sperrmin nicht mitgenommen hat. Das kann ich keinem erzählen. Das kann ich keinem erzählen. Dacht mir schon, haben wir, also wir haben noch keinen einzigen Sperr, der Inni benutzt. Das wäre eigentlich die Stelle gewesen, wo es sinnig wäre. Theoretisch, ne? Der komplett weg. Stehe ich da so ein bisschen blöd in der Ecke drin? Watch your step. Ah, fuck, jetzt will ich mich hochschleudern lassen. Ich stehe so ein bisschen blöd hier, ehrlich gesagt. Hätte mich anders positionieren sollen. Ah, komm, mit. Ich will dich ein bisschen wegziehen. Mittlerweile, die spawnen die Dinger, jetzt kannst du die eigentlich sehr schön auseinanderlegen. musst du gar nicht mehr so, früher hast du die ja immer nah nebeneinander gelegt, weil die nicht gespawnt sind, wenn du dann einen langen Fight hattest. Mittlerweile kannst du den Boss schön wegziehen. Und dann ist easy. Na, jetzt will ich ihn gerade rausziehen. Komm mit. Auseinander. Wie ist denn der eine jetzt gerippt? Ist er gerippt? Oder hat er eine Kugel gerippt? Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall skippen. Wir opfern, weil wir müssen... Also das letzte Mal, wo ich hier drin war, hatte ich einen Hunter. Der hat es geschafft, mit dem... mit dem Wobuff irgendwas zu adden, zu sterben. Wir waren schon beim Boss, ne? Und... Ich dachte, es sind alle da und der war irgendwo am Anfang der Indie und hat da rumgedingst. Äh, keine Ahnung. Dann sind wir natürlich beim Boss gewibed. Das war ein richtiger Rotz. Ich hoffe, dass wir es diesmal einfach alle hinkriegen. Das wäre schön. Oh fuck, ich bin im... Hey, what the fuck? Warum war ich denn jetzt eben im... in der Eulengestalt? Irgendwie hat mein Shapeshift-Makro einen kleinen Hänger gehabt. Holy moly, ich laufe hin und konnte eben nicht, äh... eben nicht anthängen, weil ich keine Fähigkeiten hatte. Okay, das war jetzt grad strange. War grad ein bisschen strange. Wäre jetzt was schiefgegangen, ne? Ey, ich hab... ich hab wo gemarkt. Plus bin ich dann irgendwie in die Eule geswitcht. Das war jetzt irgendwie strange. Ich hab mein Shapeshift-Makro mal geändert für, ähm... hier fürs Convoken in der Eule. Aber eigentlich soll ich als erstes in Bern gehen und danach in die Eule. Da hab ich noch irgendwelche Sachen drauf, die mich rausholen? Ne, ne? Kannst du hier vorbeilaufen, da dürfte eigentlich nichts passieren. Wenn du am Rand läufst. Also wir brauchen jetzt diesmal zwei von den Gruppen. Boah, da ist jetzt halt hochgeboostert ohne Ende. Wie... wie ist der eine jetzt gestorben? Es hat halt wieder einer geschafft, das zu verkacken. Das kann ich mir nicht erzählen. Okay, der retzt ihn schon. Ich hoffe, die bringen jetzt genug, dass wir den einen, den wir geskippt haben, damit wettmachen. Hm? Okay. Untertitelung im Auftrag des ZDK Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt reicht. Ich glaube, die bringen nämlich nur 35 pro. I don't know. Müssen wir mal gucken, dass wir den Boss machen. Ich bringe den Boss mal raus. Ich habe hier am Anfang Inker gezogen. War das so clever? Wahrscheinlich nicht. Mal zusammenlaufen, sonst macht er gleich seinen Hit. Das ist jetzt saubitter. Ist der eine jetzt in dem Hit stehen geblieben? Das kann ich mir nicht erzählen. Ich habe nicht genug Wut, um retten zu können. Ah fuck, ich hoffe, er nimmt jetzt nicht instant an. Er hat instant angenommen und wurde von dem Hit instant wieder weggerotzt. Ich muss jetzt gerade die Soul Shape nehmen, weil die ist übelst kacke zusammengelegt war. Ich hoffe, der Hunter kann jetzt einen Sog machen am Anfang, den ersten. Schauen wir mal, ob der Hunter den Sog macht. Okay, er läuft zumindest hin. Naja, er macht den Sog überhaupt nicht. Er läuft halt hin und sogt dann gar nicht. Perfekt. Besser mit der Turtle und so. Könnte halt sogen. Er ist halt hingelaufen, ne? Und dann, das macht überhaupt gar keinen Sog. Das kann schon, also... Wie kann man das so so beschissen hinlegen? Einfach zusammenlaufen, das ist doch nicht so schwer. Ich kriege halt immer so Gruppen, ne? Und das ist ja jetzt mal nur ein bisschen Gammeldings. Ich habe teilweise Leute, die machen halt richtigen Spaß. Das Problem ist... Äh... Wenn ich jetzt noch mal sogen muss, dann habe ich halt nichts mehr. Oder nicht mehr viel. Das sind halt jetzt wieder alle auseinander, die Dinger. Das Ding macht halt auch wieder keiner. Ich muss auch noch die Orbs machen. Bin halt übelst in Bedrängnis hier. Ich spare mir jetzt meine kompletten Cooldowns auf. Dass ich gleich... Normalerweise will ich den halt in einer Linie haben. Dann ist halt easy zum Sorgen. Aber da die Leute das Zeug halt irgendwo ablegen, ist es halt nicht so easy. Ich weiß halt auch nicht, ob es... Ich glaube, wir haben zu wenig Prozent, wenn ich ehrlich bin. Das war eine dumme Idee, den einen zu skippen. Weil die bringen nur 0,35. Ich dachte, die bringen 0,5. Wenn ich ehrlich bin. Ich spiele so passiv, dass ich ja nix... Ich muss noch mal saugen. Das hilft alles nicht. Nix. Ich schwamme extra Inka und Ding auf. Dass ich gleich einen Saug reinhauen kann. Ich habe mir Inka umsonst die ganze Zeit gespart. Ich glaube nicht, dass das reicht, oder? Ich glaube, da fehlt irgendwie ein Prozent jetzt. Aber I don't know. Können wir jetzt am Ende da noch spielen. Zwölf Minuten. Ich glaube, das wird nix mehr. Weil der Boss dauert im Boss-Modus. Alleine schon mal sechs, sieben Minuten. Die Trash-Mobs da... Wir haben halt jetzt immer noch... Wir haben einen kleinen Speer mitgenommen, ne? Ja, danach... Wie ist denn das? Kannst du danach eigentlich nur runterspringen? Aber ich glaube, ich bin noch nie... So, ich wollte ja wieder ein paar Potts benutzen eigentlich. Das ist natürlich jetzt hier für den Single-Target wieder Käse, aber... Kannst du zwei Eds zusammenziehen? Ah, das würde ich mit einer Random-Gruppe nicht machen. Ich war... Das geht bestimmt, ne? Aber... Mh... Würde ich eher... Würde ich eher ungern machen. Da stirbt dann wieder irgendwer an irgendeinem Scheißdreck. Geht es da durch? Uns durch. Leben hier eh schon ewig. Oder noch ein Speer. Danach sollten wir auf jeden Fall rüber gehen. Na, komm mit. Jetzt macht er seinen Slash-Nein. Nicht da drin stehen. Wir wollen ihn extra in die Wand ziehen. Dass die Leute nicht in der Scheiße drin stehen. Ich frage mich, ob er jetzt... Ich glaube, es gibt ja mehrere Speere, die du hier mitnehmen kannst. Ich hoffe, dass er jetzt... Zumindest... Den nächsten dabei hat. Dass wir wenigstens einen hier benutzen in dem Dungeon. Das ist, was ich meine. Fuck, jetzt habe ich nicht natürlich hier auch noch gewolltet. Ah, der Erdele hat den jetzt getorntet und dreht ihn in die Gruppe. Perfekt. Ich glaube, der hat seinen Kleeve jetzt gerade ordentlich in die Gruppe reingerödelt, ne? Ne, der... Hä, dann haben wir aber viel zu wenig. Ah, okay. Doch, wir haben einen. Was bringt der? 4,2. Ja, uns fehlen 0, irgendwas. 0,4 fehlen uns, ne? Also wahrscheinlich ein kleiner. Einer... Wahrscheinlich nicht mehr ganz 0,4. 0,3 irgendwas. Fehlt uns. Ich glaube, ich habe Convoke. Irgendwer macht das Ding. Ne, das macht keiner. Dann muss ich... Sie kann Convoke abbrechen. Das ist so ätzend, echt. Also theoretisch... Ne, wenn du den Boss ruhig runterspielst... Geht das aus? Noch 8 Minuten. Wir werden 6 oder 7 Minuten für den Boss brauchen. Okay. Jetzt Darf sich halt keiner jetzt wegchargen lassen Im Optimalfall Kommt der chargt Oder hier wegbatschen Bitte lass doch nicht wegbatschen Ich spiele es jetzt auf Nummer sicher Jetzt macht es keine Eulen Convoke Geschichten Alter der hat sich Jedes Mal Wird er irgendwie Durchgechargt Steht irgendeine Scheiße drin Hier da hinten stehen schon ein paar Dann gehe ich da rüber Man kann ja noch ein Weilchen drauf dpsen Ich bin immer schon zu schnell an den Dings dran Jetzt habe ich ordentlich Stacks aufgebaut Ja das war jetzt nicht so gut Ich habe neun Stacks drauf Also das war jetzt nicht optimal Wenn ich ehrlich bin Das war ein bisschen zu greedy Den macht mal wieder keiner Okay charge Lieber mal weg So ne Scheiß bei Bosswoche Ah wenn der soll sich echt nicht treffen lassen Weil das Das Ratzt richtig rein Also ich könnte hier jedes Mal Eulen Convoken Aber Wir machen es mal auf Nummer sicher Mal ein bisschen raustragen hier Okay das Spiel sieht halt auch nicht so gut aus Ich wollte es jetzt nicht genau in die Mitte reinlegen Am Ende will ich mal wissen Wie viel Dings Damage da war Wie viel Orb Damage Also zwischendurch machen sie es Aber manchmal Exploren die Dinger halt auch Oder ist es halt bei 90% Dann brechen die Convoke ab Oder irgendwas Mal Convoken Äh hier Wallen Find shelter Wollen wir mal ob es irgendwer macht Ne es macht halt keiner Find shelter Soll ich nur ne Inka ziehen Ne Die Moli Ich zieh Ich zieh die Inka nicht Die zieh ich dann gleich Mein Boss rein Da hinten war nochmal eins Ich hoffe sie haben das gemacht Ah ich hätte die Inka vielleicht doch noch ziehen können Hallo heißt du mich? Vielleicht schauen wir Dass wir diesmal nicht so viele Stacks mitnehmen Das war jetzt schon grenzwertig Äh da ist nur eins Okay perfekt Eins Bleibt jetzt nichts über Da müssen wir Da werde ich jetzt ein paar fressen Drei Stück habe ich diesmal Aber wir haben einen ganz guten Schaden dabei Also da kann ich jetzt Gar nicht motzen Den Boss halbwegs schnell runtergekriegt Also vier Minuten haben wir dann noch Bei mir leckst du Ich hoffe nicht dass es jetzt hier wieder Abkackt ne Ich schau Ich schau gleich nach der Nach der Inni Ich muss das jetzt hier noch In time runterspielen Dann kriege ich nämlich noch ein paar Punkte Wie komme ich denn jetzt am besten noch runter? Muss ich runterspringen Oder kann ich mich irgendwie so runtersegeln lassen? Ich glaube ich kann springen Mit dem Dingshop kann ich runter Oh sie sind halt Die haben halt das Achievement Ding genommen Und nicht den Jump Den normalen Jetzt bin ich hier alleine Oh boah wo sind die denn jetzt alle? Ach Kriege ich irgendeinen kleinen? Wo sind die denn jetzt? Wir haben noch zwei Minuten Ja die haben es verkackt Ich bin einfach runter Und habe den Jump benutzt Das ist nur ein NPC töten Er retzt den anderen halt Den Hexer da hinten Macht er nicht Okay sind ein paar da Auf geht's Über den Typen Oh boy Entrapt Ja also ganz ehrlich Das war eine dumme Idee Den Großen stehen zu lassen Weil da geht es mit den Prozenten Nämlich genau aus Ich dachte mir Komm der Große Der dauert zu lang Wir können doch bestimmt Die einen kleinen mitmachen Easy going Reicht ne Aber über 0, irgendwas Prozent Hat es halt nicht gereicht War eine dumme Idee Mach ich nie wieder Ich mach den Großen Weil hier dann am Ende runter Das Das hat jetzt 5 Punkte gebracht Na gut Ja die haben halt Dieses Achievement Ding genommen Und dann fliegst du bis zum Eingang Ich sehe schon Das hängt sich hier wieder auf